Menge der Amtshaus Menge der Alte Post Droste-zu-Fischeringsiedlung Deininghausen-Abzweig Brünninghausen Stadtgrenze Dortmund-Kastrop Lerchenstraße Amselstraße Friedrichstraße Finkeplatz Ickern-Markt Heine-Straße Ickern-Friedhof In der Wanne Waldenburger Straße Stettiner Straße Borthagener Straße Nordstraße Wesselstraße Ambusch Habinghorst Post Hugo-Straße Hugo-Straße Habinghorster Straße Umsteigemöglichkeit zur Buslinie in Richtung Henrichenburg Habinghorst Schulzentrum Siemensstraße 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 Europaplatz Europaplatz Rosenstraße Rosenstraße Kastrop Kastrop Betriebshof Engelsburgplatz Kastrop Münsterplatz Umsteigemöglichkeit Umsteigemöglichkeit zu den anderen Buslinien Kastrop Markt Kastrop Markt Schwerin Seniorenheim Endstelle